Das waren längst nicht alle Änderungen für 2019. Katja Schwa, die kennt sich wunderbar aus, von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Willkommen im neuen Jahr bei uns. Welche Neuerungen gibt es? Gesundheitskarten wäre unser erstes Stichwort. Da gibt es Neuerungen. Die alten Karten sind, glaube ich, jetzt nicht mehr lesbar. Das ist richtig. Panik brauchen wir hier sicherlich nicht zu machen, weil die weitaus meisten schon lange die neuen Karten benutzen. Aber es gibt ja immer einige Verweigerer oder die es eben noch nicht so richtig gemerkt haben. Die Karten mit dem Standard G1 werden nicht mehr lesbar sein. Nur G2 oder G21 ist noch lesbar. Sie nehmen einfach Ihre Chipkarte. Oberhalb des Fotos steht drauf G1 oder G2. Wer G1 hat, schnell zur Krankenkasse. Sonst gibt es natürlich Probleme beim Arzt. Viele Zuschauer werden sicherlich inzwischen im Online-Banking zu Hause sein. Auch da gibt es Neuerungen. Die TAN-Listen, wer da noch welche hat, die laufen aus? Das ist richtig. Zum September werden diese TAN-Listen nicht mehr gültig sein. D.h. wir müssen uns jetzt unbedingt kümmern und auf ein anderes Verfahren hier umstellen. Die TAN-Listen sind ja seit Langem im Verruf wegen ihrer Unsicherheit. Also auch hier ist es eher vorteilhaft, sich um ein neues System, um ein sicheres System zu kümmern. Z.B. Mobile Banking mit einer Mobile-App ist hier möglich. Oder Fototan, was auch sehr, sehr sicher ist, ist ein TAN-Generator, wo also eine TAN ganz frisch für den jeweiligen Zahlungsvorgang erzeugt wird. Das sind alles Möglichkeiten, bei denen man sich über seine Bank informieren kann. Das hört sich nur alles komplizierter an, als es wahrscheinlich in Wirklichkeit ist. Änderungen gibt es auch beim Telefonieren von Deutschland aus ins Ausland. Richtig, bisher hatten wir ja immer die ganzen Roaming-Geschichten. Wenn ich z.B. ins EU-Ausland in den Urlaub gefahren bin, dass ich die gleichen Konditionen wie zu Hause habe. Jetzt ist der umgekehrte Weg angedacht. Wenn ich also ins EU-Ausland telefonieren möchte, sind hier Obergrenzen geplant. 19 Cent maximal pro Gesprächsminute, 6 Cent pro SMS. Und das ist egal, ob ich das Ganze vom Festnetz aus telefoniere oder von meinem Handy aus mache. Alle Achtung, die Mitarbeiter der Verbraucherzentralen, die kennen sich wirklich aus. Betriebliche Altersvorsorge, da gibt es auch Änderungen? Richtig, wer neu einen Vertrag über seinen Arbeitgeber hier abschließt, kann hier mehr Zuschuss von seinem Arbeitgeber bekommen. Bisher war der Arbeitgeber noch nicht verpflichtet, mir Zuschüsse zu bezahlen. Manche haben es freiwillig oder aufgrund eines Tarifvertrages gemacht. Nun gilt für neu abgeschlossene Verträge, dass hier auch ein 15-prozentiger Zuschuss gezahlt wird. D.h. für den Arbeitnehmer wird es etwas attraktiver. Trotz allem sollte man sich über die Qualität und über die Eignung der Produkte unbedingt vor Abschluss informieren. Und über die Verbraucherzentralen können Sie sich auch informieren lassen. Nun hat das Jahr gerade begonnen. Ihre Türen öffnen sich heute bei den Verbraucherzentralen. Womit, mit welchen Problemen kommen denn die Kunden, Ihre Kunden zu Jahresbeginn besonders häufig zu Ihnen? Neben den bereits erwähnten, gerade im Gesundheitsbereich, haben wir ja da durchaus einige Knackpunkte. Aber im letzten Jahr war natürlich der Renner unsere große Musterklage bezüglich des Dieselskandals. Hier haben wir also viele, viele Verbraucher beraten, die an diesem Musterverfahren teilnehmen wollen. Denen haben wir zur Seite gestanden, wenn sie sich dort eintragen wollten, um hier quasi am Verfahren teilzunehmen. Wie wird das da weitergehen? Das steht noch vollkommen in den Sternen. Es ist ja nun zu hoffen, dass das Verfahren in diesem Jahr begonnen wird, wie lange es sich hinziehen wird. Es ist ja ein totales Novum, ist noch völlig unbekannt. Katja Schlar von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt zwar zu Beginn des neuen Jahres bei uns im Studio. Dankeschön. Gerne.